Ich grüße euch! Joko haut sich in den Apfel rein. Ich bin ja banal, also was Joko kann, kann der Medienkanzler schon lange. Wie gesagt, Joko hat schon auch elf Tutorials und der Medienkanzler hat auch elf Tutorials und der Medienkanzler macht also dasselbe wie Joko Winterstein. Jetzt kommt mir bitte nicht so. Also die Videoclips, die hier gemacht werden, die werden für die Kunden gemacht, die hier live reinkommen, live über diese Videoclips sprechen und deswegen brauche ich mir keinen Apfel rein, sondern eine Banane. Ich bin nicht Joko Winterscheid, weil nur Joko Winterscheid, der kann so sein. Nur Joko Winterscheid kann mit nichts Geld machen. Total nichts noch mehr Geld. Ja, ist halt so. Mit total nichts kommst du auch in den Spielfilm, wenn du einen super Freund hast, so wie er hat. Ist klar. Ja, der Nanni war ja logisch, war er mit bei. Ja, so war das. Ja, und der Medienkanzler, der war ja nur bei, richtig, Stahlnetz E605. Grüß euch! Morgen! Morgen! Ja, ich bin ja.